ja hallo zusammen zu einer weiteren runde titan quest anniversary edition und wir haben letztes mal in diesem keller hier unten aufgeräumt und jetzt kann es eigentlich nur nach darüber gehen würde ich einfach mal behaupten wir gehen noch mal unten lang weil da so ein bisschen schwarz ist aber ich glaube nicht dass ich da irgendwie großartig was verpasst habe kann ich mir offen gestanden nicht vorstellen hier ist nix da sind noch ein paar typen habe ich gerade gesehen ja ach scheiße nach haut ab weg alles hinfort mit euch gepackt also kannst du mein danke upsala komm schon alter was ist denn hier los glaubt das ja alles nicht naja jetzt weiß ich was hier los ist einmal regeneration an da ist man truhe den nehmen wir so ist das frau scheint nehmen wir fall um du darfst auch umfallen das waren die das war er und jetzt sind wir wirklich durch würde ich behaupten ja jetzt haben wir damit aufgeräumt schluss mit lustig so dann müssen wir jetzt in der theorie dahin so da war der brunnen kann man klicken ich glaube zwar nicht das ist irgendwas bringt aber habe ich jetzt trotzdem nachher ich ein das war doch ein boss gegner ich habe es auch schon wieder gesehen so kommen wir ja nehmen machen wir es mal hier ach komm also zappel die zapp du kriegst weiter auf die flappe wer heilte dich da aha so jungs ist jetzt mal gut gefechtsbogen in gold gefechtsbogen in gold okay was denn kann ja wohl nie angehen hier ach herr jähnchen das sind aber eine ganze menge hier ne das sind eine ganze menge hallo ich glaube sie aber nicht hier alter jungs jetzt ist aber mal gut hier ne jetzt bist du es meine güte noch mal das gold nehmen wir natürlich gerne nicht dass wir rass süchtig sind aber man weiß ja nie ne so ne es könnte ja irgendwie so eine inflation kommen oder so und dann lieber ein bisschen mehr als zu wenig so in diesem land auch nicht überraschend so so meine güte noch mal immerhin weg da gemein raus da einfach mal sterben wäre auch nicht so sag ich doch so ja dann geht es hier weiter würde ich sagen tag haben wir auch aber hier geht es nicht weiter warum geht es ja eigentlich nicht weiter ihr könnt euch das nicht einfach verbergenieren hier das geht schon nicht das kann ich nicht gut heißen die einfach barrikaden aufzustellen wechselnde musik das hört sich an wie stress hier brennen hier brennt im übrigen noch alles kalte doppelachs störenreif der geschützigkeit dein gepäck ist ja ist okay so was denn blöden magier so sind wir jetzt irgendwie gerade in athena gekommen und hier brennt alles war super mal wieder paar demos gestartet so la 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 schwupp schwupp noch mehr kann ja macht nichts so so ne das ist noch nicht athen offensichtlich noch mehr kannst du nicht tragen soll ja auch gar nicht mehr kannst du nicht tragen komm mal hin weg da so sag ich doch so die beiden greifen wir uns hier auch nach so wo geht es hier hin ausfällt da fällt er um wenn auch spät wenn auch spät hier ist auch wieder party ach wieso lauft er denn weg was soll denn das einfach stehen bleiben und es geschehen lassen so im endeffekt bringt sie nichts weg zu laufen irgendwann kriege ich euch eh so okay hier geht es auch irgendwie weiter ach ja wie heißt da kriegsanführer otos na dann wirks kriegsanführer otos macht aber ganz schön genau das muss ich jetzt mal so feststellen naja jetzt ist gut hier so der ist durch mit dem thema so mal du läufst mir nicht weg und so dein gepäck ist ja macht ja wo kommen wir denn hier ist schluss mit lustig hier schluss mit lustig ist hier denn irgendwo im brunnen oder so ich habe jetzt keine lust das alles nochmal zu machen wenn ich nicht speichern kann so so und so so das waren die noch mehr kannst du nicht noch mehr kannst du nicht macht nichts so tag noch mehr kannst du nicht halten jetzt kann ich es nicht mehr mal halten ja das ist ja auch schön so so das hätten wir auch tachchen jungs so 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 also irgendwie würde ich gerne einen brunnen haben oder so so also ich mache mich zu beschießen so jetzter ist genug verloren das nehmen wir doch haben wir auch da ist auch kein durchkommen nein so hier ist ja wieder richtig was los ach du ahn es ist nicht so ach der ist schon tot auf jeden fall ist er stein der tod war noch nicht danke jungs nehmen wir nehmen wir den rest können wir sowieso nicht mitnehmen sonst kriegen wir gleich wieder blöde sprüche von ich kann nicht tragen oder irgendwie sowas in der richtung wir gehen jetzt erstmal einfach mal rein und hoffen dass wir hier irgendwo speichern können ne speichern war hier schlecht ja ich bin selbst froh hier zu sein na toll ich hatte gedacht wir spartaner könnten diesen albtraum selbst nein ja des stolzes wegen haben wir hilfe von unseren griechischen brüdern abgelehnt und sparte hat durch die monster große verluste hinnehmen müssen ein soldat kennt nur den angriff aber ich muss mehr sein als ein soldat ich muss ein krieger sein lernen meinen stolz zu zügeln es ist klar geworden dass die spartaner sich mit allen griechen vereinen müssen na dann mach das doch ich bin eh auf urlaub die prophezeiung des orakels sagt mir gar nichts aber deine taten auf dem parnass wären eines heldenliedes wert das ist zu viel der ehre von dem du sprichst muss der anführer die uns angegriffen hat auf dem höhepunkt der schlacht ist der verschwunden feige sau konnten wir die monster zurücktreiben ich habe berichte von scharmützeln innerhalb der stadtmauern gehört ich kann aber keine sicherlich im rechten sehen na super nun was ist alles passiert seit ich dich das letzte mal gesehen habe ich bin sicher deine geschichten sind mindestens ich weiß nicht ob mich an den wollte ich so ihr lieben das soll es auch für heute gewesen sein ich wünsche euch einen wunderschönen tag noch oder wunderschönen abend lasst es euch gut gehen danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal dann tschüss bis zum nächsten mal Die Lande wurden cleansed und die Mörder fließt, aber die Arroganz beherrscht viele eine Före, und sogar eine Gottesprison kann sich brechen. ARD Text im Auftrag des WDR Your gods will not save you.